Herzlich Willkommen auf Bonkumblog, dem zweitbesten Kanal der Welt. Heute wieder mit ein paar richtigen Missgeburten am Start. Einmal haben wir den Marcel, den Fuller, den Adrian und die Dominik. Servus. Hi. Alle richtig krank am Stinken. Und wir machen heute Helikopterfight. Also wir versuchen, die anderen mit unserem Helikopter zu zerstören, ohne Schießen. Ohne Schießen. Du hast echt krasse Waffen. Wenn einer schießt, Alter. Ja, wow. Okay, es geht auf drei los. Eins, zwei, vier, drei. Ohne Waffen. Geht auf. Geht auf. Ich würde sagen, ich habe erstmal alle ausradiert, oder? Ah ne, mal. Herzlich Willkommen auf Bonkumblog. Ihr habt jetzt gerade nochmal gesehen, was davor passiert ist, bei dem ersten Versuch. Jetzt ist der zweite Versuch. Ohne Waffen, wer schießt, ist direkt eigentlich eine hässliche Fotze. Also fangen wir an. Voller Fuß. Ich weiß, was soll ich? Äh, nein, wir machen jetzt unser Ding hier. Also go. Go. Go, go. Oh scheiße, der Cargo-Boppelt der Weiß bei uns. Ah, scheiße. Wer kommt da im Arschl? Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho ha ha wie es aussieht mit sich nicht vorhanden von außen ja genau was ein weil ich glaube ich habe es sei aber dass man die 100 80 grad sehen das klasse alle geoffert haben ich glaube ich glaube gar nicht ich geh doch flug halt drauf da fliegt der Zentorno der Zentorno ist weg der Zentorno der ist weg ich hör die ganze Zeit klatschen mein Zentorno ist runter geflogen der wär eh scheiße scheiß ich hab roter Stillstand weißt du boah da machen Futter und Luca wieder Küsselverein ja jetzt fliegt doch alle wieder weg oder was boah ich hab überlebt ich hab überlebt ich hab überlebt Master mal schauen wer am Ende noch steht hier beziehungsweise fliegt boah erstmal die Unterseite aufgeschlitzt von seinem Scheiß Mauer Koffer 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 Mascow der ersten der Mannhause so ein Scheiß das vorallem mit deinem wie siehst du eigentlich hallo ja komm 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 hallo ist es noch in der Luft ja ich lebe noch der ist ein Cargo der steckt so viel ein also ich komme dann auch noch mal es hieß mit Wiedereinstieg aber ich kann nicht mehr bewegen ich schaue ich so stillstand ich schaue das hier gerade von unten mit der Sniper an Alter ich bin auch tot ich hab gewonnen Leute Fuller ist doch explodiert worden nein scheiß ich bin echt ich bin explodiert ah ja ok Fuller hat gewonnen ich hab am meisten gekillt ein scheiß alter wir haben uns gegenseitig an dir gekillt und dann mal ein bisschen roter stillstand du bist gar nicht gemacht du bist so unbeweglich wie so ein genehmter Mann also ich bin voll aufnahme vorbei jetzt